Herzlich willkommen zum Europa-Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Die politische Landschaft Spaniens wird sich heute wohl deutlich verändern. Darüber berichten wir natürlich. Außerdem haben wir diese Themen. Es war ein Wahlkampfauftritt in dieser Woche, den Spaniens Premier Rajoy wohl so schnell nicht vergessen wird. Das Ergebnis der Parlamentswahl heute in Spanien wird der Regierungschef wohl nicht so leicht wegstecken. Die Alleinherrschaft seiner konservativen PP ist wahrscheinlich vorbei. Und auch die Sozialisten werden es nicht mehr alleine an die Regierung schaffen. Das Ende einer Ära, in der sich die beiden spanischen Volksparteien an der Macht abgewechselt haben. Diese beiden Herren hier haben es eingeläutet. Albert Rivera und Pablo Iglesias. Sie vertreten vollkommen unterschiedliche politische Richtungen. Doch eins haben sie gemeinsam. Ihre Wähler haben die Nase voll von den korrupten Volksparteien. Stefan Schaaf und Jörg Rheinländer berichten. Und eine gute Nachricht gibt es schon aus Spanien. Die Wahlbeteiligung scheint sehr hoch zu sein. Höher als bei den beiden vergangenen Wahlen offenbar. Schauen wir nach Italien. Die Situation in Neapel. Die ist zum Heulen. Die Mafia mit all ihren verfeindeten Clans wieder auf dem Vormarsch. Nur noch unberechenbarer und noch brutaler, wie es scheint. Eine neue Generation von Mafiosi. Doch ein kleiner Ort nahe Neapel, der stellt sich gegen den Trend. Nicht mit uns, haben die Einwohner irgendwann beschlossen. Und begonnen, sich aufzulehnen gegen die Mafia. Mit Erfolg. Ellen Trapp berichtet. Dekarbonisierung ist das neue Zauberwort. Und Kohle, der Buhmann im Zeitalter des Klimaschutzes. Das ist nicht erst seit dem Pariser Klimagipfel klar. Doch dass in dieser Woche das letzte Untertagebergwerk Großbritanniens dicht gemacht wurde, das hat weniger mit Dekarbonisierung zu tun, als mit Geld. Die Steinkohleförderung ist auch in Nordengland. Lange schon. Viel zu teuer. Man importiert sie also lieber. Ähnlich wie im Ruhrgebiet kämpft deshalb in England eine ganze vom Bergbau geprägte Region um die Zukunft. Und um ihre Identität. Das Ende der britischen Bergwerktradition ist bitter. Hanni Hüsch berichtet. Manchmal kennt die EU kein Pardon, wenn es ums Rauchen geht zum Beispiel. Doch bei einem anderen Laster, das ebenfalls für viele Tote in Europa verantwortlich ist, ein ganz anderes Bild. Alkohol. Sicher nur bedingt vergleichbar mit Tabak und Nikotin, aber nicht unbedingt weniger gefährlich. Vor allem für ungeborene Kinder. Da ist das Saub berichtet. Zehn Kinder oder mehr. Was für die meisten vielleicht etwas viel des Guten wäre, ist für die Bewohner eines kleinen Ortes in Polen normal. Viele Familien sind hier so kinderreich. Das ist quasi Ortsräson, wenn man so will. Der Bürgermeister fördert die Fortpflanzungsfreude in den Familien mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Den Rest erledigen die Bürger dann selbst. Streng katholisch und auch wirtschaftlich offenbar recht potent. Die Region wird auch Kaschubische Schweiz genannt. Ihr Kinderlein kommt mit nach Chirakowice. Kriet von Petersdorf berichtet von dort. Genau, und damit verabschieden wir uns mit dem Europa-Magazin für dieses Jahr jetzt die Tagesschau. Und Ihnen allen schönen Feiertage. Auf Wiedersehen in 2016, sonntags um 12.45 Uhr. Tschüss.